Das ist der X-Jimmy Halo, ein ganz besonderer Beamer. Er ist extrem kompakt, relativ leicht und kann ganz bequem mit einer Hand hochgehoben werden. Außerdem passt er so in einfach jeden Rucksack rein. Er kommt mit Android-Betriebssystemen und hat einen integrierten Google Chromecast, sodass man ihn ganz einfach mit dem Handy nutzen kann. In Sachen Anschlüssen hätte er vielleicht noch einen HDMI-Port mehr haben können. Aber das wirklich Besondere ist, dass er einen integrierten Akku hat. Das heißt, er funktioniert einfach überall. Dazu hat er noch Lautsprecher von Hamann Cardone und ist ziemlich leise. Im Dunkeln ist sein Bild verdammt gut und kann bis zu 300 Zoll groß sein. In hellen Räumen ist die Bildqualität aber eher so mittelmäßig. Wie alles, was Spaß macht, ist leider auch der X-Jimmy Halo nicht günstig. Er kostet knapp 700 Euro.